Jürgen was gab mein Name ist N.O.O.O.B.I. 1973 wer es nicht verstanden hat Nubi 1973 heute mit dem Special Geist und zwar Tim Spina der Typ der Genji Main der warte ich zeig mal her ich weiß nicht mal ob Genji Main ist ich glaub schon ist er ehemalige ehemalige Mincree Main Main dann war noch Sia Main dann auch noch Roadhog Main ich weiß nicht was als ich weiß es wie viel zu vielNAID N.O.O.O.O.O.O.E sowohl Arne noch nicht bei lang wort characters nicht bei lang gibt und er ist schon Main gewesen N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Oこん Nein aber ok je ich bin kurz heilen das ist dagegen wenn ja dann wir jetzt reden oder schweigefehler auch natürlich wartet dort Gott um die Welt und das Rotort das Miet um der Rote bis in der AFK gewesen alles klar es hat die Gipfel dreimal Hitschel ich bin übrigens äh Kielkern meistens überspringen aber wenn er er war er sagt ja okay das ist das Prozent dass die Kielkern drinnen dann kann ich das auch gerne machen ich habe die Kontrolle über die Fracht so ich gehe ihn töten die Lolle Alte das war gerade so richtig Loll ne nein ich hab keinen Bock darauf nein 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 Junge ja nein der Eich hat hier ist der eine ist besonderes S2S Trace ist gerade erst Silberrahmen geworden schon zuletzt das Match das ist belastend das heißt Leute mach aber das Schild kaputt ah ich hasse es gerade so ne Scheiße 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 oh mein Gott ich hab's geschafft ich bin ich bin nicht gestorben ich bin gerade so stolz auf mich und ich bin und weiß nicht komm rein ich bin schon wieder dauernd mehr ich komme rein bin down siemens kennt und natürlich da wo ich lange geht ist einer weiß der kennst du hast du hast er hat richtig für steuert und bis 20 ich hab schon längst und hier herrte mit roter mit roter Kulti kriegen ist auch nicht schwer ja ich ich bin auch wenn ich bin ich habe mich ich bin scheiße gewesen dabei und habe mich einfach richtig hoch gepusht Prozent ich war ja ich hab zwei Tage jetzt durch den Blumen gespielt heißt ich war 1500 obwohl ich in die fünf Matches gewonnen hat eins unentschieden und Prozent drei verloren aber okay ja obwohl ich in die fünf gewonnen hat eins unentschieden und drei verloren Prozent Prozent vier verloren aber egal halt und und dann habe ich jetzt so ewig ewig lange gespielt ist mein Rennen halt und jetzt bin ich einfach Prozent Prozent 1 1700 und ich meine ich war 1500 am Anfang ja ich gehen jetzt runter ja wo ist der okay ich habe ihn ah hallo ich hab grad gar keinen Bock auf ihn ja Bastian ist einfach so man sollte ihn nerven weil er einfach richtig scheiße ist er ist ja nicht so nerf Bastian denn Blizert wenn ihr zu gucken oder wenn wir in den Blumen weiter kennt das ziemlich unwahrscheinlich ist aber bitte 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 ja bitte best genießt der schlimmste Charaktere im Spiel ja ich bin rot gefallen fuck der Junge jetzt stirbt doch er ist jetzt schon voll oben Prozent der letzte Part in Chancen hatte war glaube ich dass in Reifen schneller war und das mit den zwei Minen kommt schon jetzt jetzt Röckchen weg die Tour der Grunde kommt ja Mieter Leckasch Lecker Schmecker Hosenbäcker älter jetzt Kielbieter es gibt sie in der Kieler als Kamm 3 die Gerechtigkeit die Kassel müssen und scheiß Checkpoint warum hat es schüttelt ja weil ja aber ja wenn wir jetzt leichter durchbrechen können mit dem Schild 3 hinten von voren von 30 Seiten gefühlt obwohl wir sechs Gegner sein können aber der Kusch und Kuschel Junge ich will jetzt ganz so vorpushen einfach so richtig hat reinbämmen ja 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 okay was Prozent wir sind Fadenkreuz ist eigentlich was für ein Fadenkreuz ist eigentlich ich hab auch ich ich hab einfach ein Punkt ich hab ein Punkt in grün wenn ich bei jedem o fag alter ich brauche ein Heiler ich hab gesagt wir brauchen Heiler nicht ich will Heiler spielen früheriger Annemain Anna Main hab ich gesagt alles klar was geht mit dir ab er denkt schon wieder nur ins Rappen alter ich hab keinen Bock auf die Scheiße so wo ist die nächste ja komm schon wenn nicht raus ja komm schon Alter ich mach links rechts Kombo wenn du willst ja so alter du bist da und naja und jetzt ab zu pracht so ich hab ne ULTU die Diva ULTU richtig verkackt alter Junge lass doch nein lass unsere scheiß Tracer in Ruhe komm schon ich hab ich hab süß ich hab süß ich hab süß für Reinhard Bamm alter ich hab gerade eben süß für Reinhard gemacht alter alter ah geil ich bin tot Junge alter ich denke mir so weißt du kommt die Diva rein ich bin grad kommt die Diva rein ich will grad nur Roadtux so kaputt machen mach meine mach meine ULT und einfach so easy älter hallo mach mal nicht Werbung das ist mein Video so in ein zwei Jahren vielleicht wenn ich so 100 ich schätze mal wenn ich 200.000 Abos hab dann werde ich ein Mensch rausbringen danke du bist so motiviert ja fünf Abonnenten alter weil ich kann ne auch Gott alter ja nein scheiße ja nein doch auch komm schon einiger du machst jetzt wollen die Wuren und es ist worden heißt alter so wie sie ne das nennt sich Progänger ich bringe ich 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 helfe mir mal bitte er die 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 ich hätte beckene wenn ich kommst du musst ich hinweg und umfüßt ich bin es einfach mal komplett bis zum anderen Ende der Map scharzt mehr Heilung zu holen also nein warum warum ich scharzt in die Ulti reinheitlich bis zu behindert Nenner Nenner ich bin auch ich habe um 4 fünf Helden jetzt nicht das ist die Sankt welche sie neid hat es gerade wenn man für bestenssicht hat mehr es ist war nie ich hab war und wissen so gut wenn verlieren der K ein paar highlight ich werde jetzt fährer spiel mit für die mir grad ins ging gekauft hat um ein garter jahre die sieg ist nein den kaputt nehmen nicht nur abtüren den einen nie kein netten der lieb anderen den mit sich zu sagen um anubis okay hatte auf jeden fall das ist das war's mit meinem Video für mehr Videos abonniert meinen Kanal ich werde am Mittwoch bis nächstes Video hochbringen jeden zweiten Tag außer Sonntag weil ich mache immer so Montag ich mache immer Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag ein Video das ist immer der Stress weil ich muss dann dir und meine Videos kommen um 16 Uhr weil ich will dich nicht im Stich lassen okay Tim auf jeden Fall ich sag tschü mit ü, schau mit au und was sagst du Tim? okay passt ja ja Psssshh!